Puh, jetzt wird es mal froh, wenn es soll. Ich weiß, ich werde schon mal in die Büroskunde. Mir war nicht bewusst, dass die so wenig sind. Für die Arme, die immer auf die Ränke, die sind da nicht so ungeschlabbernd. Was ist da? Ein, vier, zwei, andere Bär. Da, was ist das? Soll ich mal auf die andere Seite? Genau. Ich lebe noch kurz. Halt! Hier haben wir einen Geist. Ich bin ein Panner, der im Knapp ist. Ja. Man hier ist ein Panner. Ja. Oh! Ja. Das ist der andere. Ich trete doch jetzt an mir an. Ich trete doch an mir an! Die Krass. Komme in der da unten? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.